Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. So, da will ich mal für meinen Günderler den Kuchen schneiden und für mich hoch. Günderler, aufwachen. Du bist schon wieder eingeschlafen. Ja, 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 Entschuldigung. Ich habe gestern die ganze Nacht durchgemacht. Ich habe nämlich gestern den ganzen Abend lang Level Up angeschaut. Was ist ein Level Up? Level Up ist das Gaming- und Bi-Kultur-Format vom iStuff von der TU Bilmenau. Weil die haben jetzt nämlich, das Semester ist ja vorbei und deswegen haben die jetzt sozusagen Jubiläum. Aber war das das, wo wir auch dabei waren? Die mit die Bewegtbild-Produktion? Genau, da wo wir die Shows gemacht haben. Ja, da hat der Patrick immer moderiert. Da hatte ich immer Göbi genannt. Genau, da hatte ich mich immer Göbi genannt. Ganz komischer Chaos. Ja, das ist seltsam. Weißt du, da haben wir immer die Gaming-Group gemacht. Das hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Da haben wir mal Dark Souls gespielt. Da habe ich mich zu Tode erschreckt. Das weiß ich noch. Und viele andere Spiele haben wir auch noch gespielt. Genau. Und die Reviews, da hast du doch auch mal irgendwie sowas gemacht. Da habe ich mehrere gemacht. Aber das Erste, was ich gemacht habe, war über Apex Legends. Und die Ronja und der Sebastian, die haben da immer die Gaming-News gemacht, wo die immer das Neueste erzählt haben, von denen, was es in der Gaming-News-Welt am Neuesten gibt. Über Games und über Hardware haben die geredet. Das stimmt. Hallo Paul, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Eine neue Folge Level Up. Warst du denn auch schönartig? Ja, ich war ganz brav. Dann schauen wir mal, was ich dir mitgebracht habe. Ja, vielleicht gibt es so was Nices noch. Ist was Nices. Ja. Oh! Jo, Ferdinand. Gehört, Paul, ich läuft gerade nicht so viel. Nein. Woran liegt es? Ich kann dieses Spiel nicht. Puh, Alter. Jo, Paul. Was ist eure Strategie? Was ist los? Ja, Goebi, gib mir nochmal einen kurzen Überblick, wie lief die Runde. Also ich spiele zum ersten Mal in PUBG und ich fand, dass das eigentlich bisher gar nicht so schlecht war. Drei Kills, zwei mit einem K98 im Close Quarters. Also die Aims sind da. Das ist doch ganz ordentlich. Und von euch ist noch Paul drin, ne? Ja, Paul ist noch drinnen. Mal gucken, der ist jetzt schon noch 21 Leute am Leben, aber Paul mag das. Ich sage, er stirbt bei neun. Oh Gott, ist das intens. Fünf am Leben. Du hast ein Telefon vor dir. Was macht? Nice. Dritter Platz, was sagst du dazu? Viel einfacher, wenn ihr nicht die ganze Zeit mich anschreien würdet. Alright, next round. Schmeckt der Kaffee? Das ist doch sehr guter Kaffee, hast du gut gekocht. Du musst auch so ein Stück nachkommen. Weißt du, was nicht so gut war? Wo nachher das Corona kam bei Level Up. Ach stimmt, da konnten wir uns dann immer treffen für die Shows. Aber wir haben ja ganz viele Streams dann anstattdessen gemacht. Ja, weißt du noch, wo sie denn... Wie hieß denn der? Der Jojo, den haben sie vom eigenen Star-Do-Valley-Server gebannt. Das war lustig. Ach, das war lustig, ja, stimmt. Das war ein lustiger Moment. Oder wo wir zusammen alle immer Among Us gespielt haben. Ach, das eine Mal, da habe ich vergessen, mein Mikrofon auszumachen und habe allen gesagt, dass ich jemanden umgebracht habe. Ja, weil du manchmal bist ein bisschen blöd. Was haben wir denn noch gespielt? League of Legends haben wir gespielt. Das war da, wo die alle immer so salzig waren. Und schlechte Laune hatten. Ja, und dann waren sie alle wütend auf mich, dass ich den falschen Hero gebickt habe. Und dann haben wir mit dem vollkommen zerstört. Ja, an dir lag es trotzdem nicht. Was ist denn das? What the fuck is going on? Ich war's nicht und alle anderen müssen mal ihre Augen aufmachen Aber das ist okay Ich kann damit leben Denken wir uns mal kurz die linke Woop Gaby Mute Aber das können wir schnell machen Juni Ah nein! Was? Was? Was ist passiert? Was? Was ist passiert? Du hast den Server geschlossen Was? Also ich bin noch drauf Hä? Hä? Moment mal Ich hab Bann Jojo geschrieben Aber mit Schreck davor Weil ich dachte ja genau So nach Command mäßig Ich wusste nicht dass das geht Du hast mich gekickt Er hat einfach nur Schreck Jojo geschrieben Wie geht das? Wie kann ich das richtig machen? Wieso hast du mich gekickt? Es war ein Scherz Hast du mich gebannt? Ich war auf eine Wand Ich war auf eine Wand Ich war auf eine Wand Ja nicht Annegret beruhig dich Annegret Ja Ja Nee aber ich kann jetzt nicht Ja Wir nehmen gerade auf für Level Up Eine Bewegtbildproduktion Das ist das was immer in den Kasten Neufutter den ganzen Tag reinguckst Ja Du kannst mich aber zurück rufen Ist okay Die Annegret ist schon auch schlimmer ne Die ist wie der Patrick Die hört einfach nicht auf Die hört einfach nicht auf Immer dazwischen Immer dazwischen Weißt du was auch nicht aufgehört hat? Ne Das scheiß Corona Das hat einfach nicht aufgehört Das stimmt Aber wir haben auch nicht aufgehört Weil wir haben ja dann wieder angefangen Beiträge zu produzieren Zwar ohne Show Aber dafür Kurze Beiträge Corona Das ist richtig Aufgegeben haben wir nicht Da haben wir auch wieder Reviews gemacht Da habe ich mal das Spiel mit den Hühnern Das Divinity Oder wie das heißt Das habe ich reviewt Die hatten Resident Evil gemacht Und die hatten ja noch mehr Reviews Ja Wir haben ja auch wieder ein bisschen zusammen gespielt Und gestreamt Und auch die Die Gaming News Die kamen wieder Aber diesmal mit der Rebecca Habe die hat das auch genauso gut gemacht Und mit Sebastian Ja das haben die beide wirklich sehr gut gemacht Ja Genau Starte Das Späte Fotografiere ihn Ich habe auch nur was gehört Das ist wahrscheinlich Das ist wahrscheinlich die Karen Wenn sie schon so sagt Wo seid ihr denn? Oh mein Gott Ah lauf Es ist hinter mir Wo denn? Easy Alter Easy Ich habe doch gesagt Ich kill euch alle Ihr Bastarde Wie bist du da hochgekommen? Steuer Steuerung Und Jump Das ist ja super Lane Das ist ja super Lane Hä? Voll Jungs Hier oben runter Ah Ich habe das Gefühl die Waffe macht nicht so viel Schade Ah Ah Junge ey Wer mag ich denn jetzt? Sebastian Sebastian Ich habe uns gerappet Ich habe einfach wieder gar nichts zu machen Ja die Katze siegt Die Katze siegt Ich habe eine Galline Nennts Ich habe noch eine Katze Ah fuck Oh mein Gott Wo bist du? Meuuu Wie Vielleicht können meine Katzen beste Freunde werden Ja das war eine schöne Zeit Ja Das hat Spaß gemacht Und das macht auch noch Spaß Ja das denke ich auch Ich hoffe dass nächstes Jahr wieder ein paar Leute kommen zu Level Up Ich hoffe nicht Ich hoffe nicht Ich hoffe nicht Ich hoffe nicht Ist Es ând Wie Das Ü ist